Hallo und willkommen bei Krämer Baumaschinen. Mein Name ist Florian. Ich arbeite bei Krämer als Produktmanager für Baumaschinenersatzteile und heute möchte ich euch gerne die Produkte unseres Premium Herstellers FMC vorstellen. Beispielhaft habe ich heute drei Lamellen mitgebracht, die ich euch nun gerne etwas näher vorstellen möchte. Als erstes habe ich eine Belaglamelle vorbereitet. Diese ist mit einem Papierbelag belegt und ist eine Lamelle, die in vielen Getrieben verbaut ist. FMC liefert diese Lamelle wie auch alle anderen in Ersthausrüster- Qualität. Dies bedeutet, es sind die gleichen Arbeitsschritte und die gleichen Materialien wie bei der OEM-Herstellung. Als zweites habe ich eine Sinterlamelle mitgebracht. Diese Sinterlamelle ist für Anwendungen, in denen andere Parameter entscheidend sind. Entwickelt und hergestellt wird sie wie jedes andere FMC-Produkt im englischen Nottinghamshire. Jetzt habe ich hier noch eine Stahllamelle mitgebracht. Die Stahllamellen werden wie allen anderen Lamellen selbst von FMC hergestellt. Bitte beachten Sie, beim Wechsel Ihrer Lamellen auch eine hochwertige und auch einwandfrei passende Stahllamelle zu verwenden. Durch ein umfassendes Cross-Referencing können wir Ihnen immer die zweifelsfrei richtige Lamelle zur Verfügung stellen und somit den Aftermarket optimal bedienen. Lamellenverschleiß ist planbar. Krämer hat das zweifelsfrei passende Produkt zu Ihrer Anfrage. Fragen Sie noch heute bei uns an. Die FMC-Qualität wird Sie begeistern. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal.